hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen immer noch und es wird sich einiges zu ändern und zwar werden wahrscheinlich jetzt daily uploads kommen nachdem youtube schon wieder kacke gebaut hat und ich hier schneller weiter kommen als ich mir vorgestellt habe so was ist passiert wir haben uns hier unsere plattform mal ausgebaut und und haben uns ein paar schlize gestellt damit wir hier langsamer reise schlitz machen können die hühnchen produktion haben wir uns dann aufgegeben so ansonsten habe ich an der moff farm mal ein paar sachen hingestellt damit die da einsatziert werden viele sachen werden da jetzt alle reingehen und wir müssen halt nur dafür sorgen dass in zukunft andere sachen reinkommen ja es heißt nicht im e in den modpack sondern wineforces wir sind übrigens auch noch nicht weiter gekommen mit den angi-ringen könnten immer noch nicht liegen wir brauchen gleich eine rüstung womit wir fliegen können ja um noch ein buch zu kommen das wären jetzt daily uploads kommen wahrscheinlich wenn wir mal den letzten schankstück der hier ist und öffnen schankstück wir haben noch unser schankstück plattform eigentlich soll jetzt auch nur ein kurzes video werden eigentlich soll jetzt auch nur ein kurzes video werden und schankstück gerne hat es aber schon jetzt weiß so packen wir hier den eilern diese lupex die wir öffnen können vollmose braucht man eigentlich schon gar nicht mehr kohle brauchen wir glaube ich doch kohle brauchen wir auch noch dann kann ich ein instant open den next bauen dankeschön das war meine frau die nicht kaffeezeug aufnehmen wahrscheinlich nicht viel wenn man jetzt den junk spiel bleibt Und wenn man das eh nen... eigentlich kann ich den Ton ein bisschen weiser machen. Oh, wie schön ist das erst mal geblieben werden. Jetzt müssen wir Gas bauen. Jetzt regen wir jetzt. Okay, es hat wirklich nur Regen. Gut. Könnte auch schlimmer sein ein bisschen, ne? So, was haben wir im nächsten Kran? Okay. Wir werden da dieses... Kriegen. So, wir brauchen Fledermäule. So, wir brauchen jetzt nur Fogel, ne? So, wir brauchen jetzt nur Fogel, ne? Aber wir brauchen jetzt wieder mehr Fogel. Ehm... 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 Weil man jetzt irgendwo ein Ei rauskriegt. Jetzt möchte ich hier wieder rauskriegen. ne, ich weiß nicht, dass ich 2, 3, 4 Wochen herkomme vielleicht fehlt immer zu wenig Exfehler Ich bin ein bisschen monstert worden. Das war auch nix bei. Schande. So, wir können hier ein bisschen anzeigen lassen. das ist ein kleines das wird ja auch das ist denn, das wird jetzt da das ganze neue andere Autos Da muss ich mir die Schöpfe hinbewerfen. Ich freue mich, dass hier dann jetzt hier ein paar Becken draus. Jetzt sehe ich noch einen Tick. Ich gehe dann jetzt vorn. Da sehe ich es ja nicht. Ich glaube, wie es in der Zukunft wird es dann nicht mehr die Ablots geben. Das ist schwierig, das so hinzukriegen, wenn wir wollen. Ich habe eigentlich für den Gas einen Platz gemacht. Wie ihr seht, gibt es hier noch einen. Da gibt es auch kein Wasser. Da haben wir einen Tick. Wir müssen jetzt ein Guter. Wir müssen etwas wissen, welche es erhältlich ist. Jetzt können wir dort weiter. rightly. und nicht so, um hier zuilisieren. weil wir hier nicht so, weil es nicht so dasselbe. Das ist die Situation. Um was zu gehen. Wir wollen nicht so, indem wir den Umgang nach oben und zwischen dem Leider ohne Fledermaus Fledermaus kriegt welchen? Ich brauche einen goldenen Lassen Fledermaus Ich brauche einen goldenen Lassen Aber ich habe es gar nicht mehr gemacht Fledermaus Ich frage vorher die Lassen Vielleicht hätte ich mal einen einzigen Lassen lassen Ja, das ist die Fledermaus Wie auch nicht noch da ist Da drin die BD stehen Hierzu Da wird es wieder raus Jetzt zählt uns das So, hier noch mal ein Fledermaus Fünften Fisch Fledermaus der anderen Fünften Fisch Da sind Fünften Fisch einfach alle Ich hab's aber auch trotzdem mehr xp Ich hab's ja immer noch geblieben Ich hab's noch irgendwo in Notable So, das bleibt nachts, das ist jetzt vorne, werde ich wieder ausmachen. Die Möglichkeit kommt jetzt viel zu bekommen. Eigentlich habe ich da meine Katten von der Ecke ausprobiert. Jetzt brauchen wir nichts, jetzt kann man sich entfangen. Wir brauchen so sehr zu brauchen wir für den Gas brauchen wir definitiv die. Und das ist jetzt das ein kleines, ein kleines. Das ist jetzt schon ein kleines, ein kleines. Interessant! Na hier kann ich doch nicht tippen? Ich hoffe, es wird los und erzüttelt, hey, warum nicht auf dem Sinn ein Konzept? Du hast wohl gewöhnt. ich habe hier alles ein bisschen zu hell eigentlich ich stehe aber ich will zumindest nach dem Engel ich könnte so finden, dass es eine Schärfe fehlt dann müsste ich dann so viel kriegen, damit ich einen Gürtel da so machen kann das ist ja nicht so groß, dass er sich überbauten wird Ich bin ein neues Schöpfer da, ich weiß nicht. Ich bin ein neues Schöpfer. 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 Ich hab das nicht immer am Abbrotten So, wird überhaupt nicht gerecht mit der pläne mussten alles tauchen damit ist glaube ich das ganze Ding im Arsch wir haben hier noch ein Schwert, wir haben hier noch eine Brustplatte, hier haben wir eine Hose ja, wir sind gerade unsere, glaube ich ja, wir könnten jetzt noch welche machen, ob wir die Hose sind, ok ich glaube, diese Angeline muss auch noch ein bisschen weiter das war doch nicht wie die Monsei war jeder weiß es war das ist das 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 war's für heute. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, was das hier ist. Okay, okay, dann ist die Handkarten. Die Kiezen ist gut, die brauche ich nachher für die Spalte. Ich glaube schon, es ist leidut. Ich kann nur noch die Spiegel spenden. Gut, jetzt müssen wir mit dem Wendel fahren. Bis zum nächsten Mal. Zuhu 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 haben wir denn eine Klammer? Das ist doch ein bisschen krank, aber ich denke, es ist auch noch nicht so krank. Ich denke, es ist auch noch nicht so krank. ein teurer Spaß für eine Künfteporten was sind diese Sachen? ich habe auch schon gehört Ich hab's noch ausgenommen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe mich auch nicht gut gesehen, da wir jetzt starten. Hier haben wir. Jetzt wollen wir noch Eisen. Jetzt haben wir gerade 3 Stück. Oder wir wunden ja noch mehr. Jetzt müssen wir noch ein paar Eisenblatt gebrauchen. Damit wir jetzt den kriegen, dann können wir unseren Farmer bauen. Der Farmer hat den Vorteil, dass er alles abgebaut wird gebraucht. Ich denke hin und der Boot einfach um zu pflanzen. Der baut vielleicht auch unsere Bäume. Ich glaube, dass wir den Dampf verlaufen auch automatisch nicht. Das weiß ich eigentlich gerade nicht. Dann können wir mal alles aus dem Rott verlaufen. Nichts. So. Schauen wir mal mit dem hier. Dann gehen wir mal. Fehlt mir die Redstone. Sturmgeinern Ich muss noch mal wieder hoch Ich muss schon mal ein paar mehr in Ordnung So Ne, da kommt noch mal wieder an die Gange aber wenn wir noch ob du kennst was ich antworten hier würde ich schon mal gerne mehr ansetzen so kann man es sehen jetzt stellen wir jetzt mit strom jetzt wollen wir mit dem rechten fach ist jetzt können wir uns so koacken jetzt kommt der Arm erlacht und auch rechts jetzt wird ihn jetzt gestorben jetzt wird er traf das ich will nicht mehr hier Papa hier witz hier 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 jetzt hier So, ich habe auch noch eine Träfahne, eher mehr oder weniger. So, dann haben wir die Arme. Die Arme, die Arme, die Arme und dann vier, die Arme, die Arme. Ich denke, wir machen jetzt noch zwei Eisenbrüder raus. Jetzt können wir gehen. Okay, auch die Wischstücke. Alright, jetzt sind wir jetzt sicher. Okay, ich mache das nicht. Wir wollen uns mal wirklich. Ich gebe auch noch ein paar Schmerzen. Wir wollen hier verhäumen. Wir wollen uns mal schießen. Ich habe zum Beispiel 1, weil ich gerne rein gefahren bin. Ich denke, wir sind schon ein bisschen in der Zeit. Ich denke, dass wir noch einen Barry abwärts gehen können. Die sollte das glaube ich total schnuppelt sein. Aber ich habe das Rune an, was ich habe. Ich habe auch keine Monster. Ich denke, der rechte ist ganz voll und muss das sein. Jetzt fängt er an Action zu betreiben wie man sieht. Schafft er die ganze Zeit oder muss es kleiner sein? Jetzt fängt er an. Ah, da sind alles mit. Da kommt ein paar rein. Ein paar rein. Ein Problem weniger. Aber da bleibt das rein. Jetzt können wir uns aufs Kühlschrank kümmern, damit wir noch mehr hinkommen. So. Soll ich jetzt eigentlich alles einsammeln, was wir brauchen? So. Da ist noch ein paar rein. Soll ich es einfach nicht drauf machen kann. Jetzt kommt die M-WG-3. Soll ich jetzt noch die M-WG-3. Dann kommt die M-WG-3. Wie ist das väl schon wieder da? Soll ich es noch einmal aufheben? Wenn ich jetzt noch eine M-WG-3. Welche M-WG-3... rausgehen jetzt weiter, was ich mal lieb jetzt gehen mal gut jetzt gehen jetzt gehen wir zum drin und jetzt staut sich dann natürlich auch nicht So, ich muss ja eigentlich nicht mehr in der Enderleitung machen, sondern nicht mehr in der Enderleitung. Wir werden hier eine Kiste entstellen und dann werden wir das aus der Kiste rausflücken. So, da sind wir leider mit sehr vielen Schwierigkeiten am Ende der Folgeansetzung. Und ja, wie gesagt, dazu kommt der D-Upload. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Juhu. 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 Juhu.